Welcome back boys, hier zurück zu Stranger's Raw HD. So, letztes Mal sind wir in diese neue Stadt gekommen und haben den Farmer ausgeraubt, weil wir so böse sind. Und haben die Rettungsmission angenommen von Eugene. Just oder so. Und sind jetzt nun hier vor dem Tempel. So, wir gucken mal hier so rum. So, ja, so. Okay, da stehen zwei, da auch nochmal zwei. Da oben, mal gucken. Gehen wir mal hier rauf. Na komm. Dankeschön. Da stehen auch zwei, ach, zwei Raketenschütze. Schützen. Ne, drei, boah. Boah, ist das viel. Und da unten? Zwei Wachen, okay. Und da sind ein paar Fässer. Da fallen wir mal auf. Ich fang so gut aus. Du gehörst mir, du gehörst mir. Atockö, bam. Sag mal schnell, die Typen laufen hier rum. Die geben nämlich Geld. Ich bin geldgierig. Die treffen mich gar nicht, die Viecher. Jetzt schauen. Aua, aua. A coa. Okay, ich geh mal schnell weg. Tschü. Aаться. Scheiße. Boah, das war aber mal knapp, ne? Knappges, ne? So, zum Glück können wir uns vollheilen. Ich nehm mal hier die... Zack. Fuck, er ist ausgewichen. Was, sowas kann er? Wie intelligent ist er denn? Wow. Au. Hä, was ist denn da? Ein Ausweicher-Boy. Was, da ist noch einer? Scheiße. Huhu. Huhu. Gott. Komm her, du Spast. Tja, der weicht nicht so aus. Das ist kein Ausweicher-Boy. So, damit wäre das auch erledigt, hier. Und dann gehen wir mal weiter, ne? Na. Hier so. Huhu. Diese Stunks werden die Banditen zum Reiern bringen. Und dann schnapp ich sie mir, während die noch ihren Mageninhalt ausleeren. Genau. Plipp, plapp, plapp. Du hast jetzt einen Stank. Ja, kennen wir schon. So. Jetzt haben wir alle Tierchen. Uhu. Wah. Also alle Munitionsarten sozusagen. Ach, die Stechbienen kann ich ja auch mal zeigen, ne? Das mache ich jetzt mal. So sehen sie aus. Habe ich schon mal die Flederbomben gezeigt? Ne, muss ich auch mal machen. Boah. Ich zeige ihr ja gar nichts. So, was kommt hier? Alter, da oben sind ja viele. Und wer ist da? Ist da Eugene? Oder warum ist es da grün? Höh. Okay, gehen wir mal einfach mal weiter. Oh. Niemand. Alter, wer hat der mich denn jetzt gesehen? Hey, wer hat das denn jetzt gesehen, bitte? Wo ist denn hier jemand? Ach. Hi. Oh. Da gehen wir mal hier hoch. Oh. Wow. Ja, davon haben wir sowieso voll, weil ich die nicht benutze. Bam. Uah. Also da zeige ich mal die Stechbienen. Hey, was war das? Hi. Hey, du. Krass. Aua. Alter, wie viel Schaden macht das denn? Alter, das ist das extrem. Ach, da mache ich das jetzt auch nicht, weil da auch so krass steht. Mann. Wie sind sich gar keine legen. Boah, guck mal, da hinten sind ja richtig viele. Da hat sich was bewegt. Mann, hier besitzt sich nichts. Du besitzt mich nicht. Nein. Boah, das war knapp. Aua. So schießt, so schießt es sich, ja. Was, der ist schon tot? Hey, wer ist da? Niemand. Boah. Die fange ich jetzt mit so einem Netz. So. So. Komm, jetzt schaffe ich. Das. Nein. Schade. Das wäre jetzt voll ebisch gewesen. Und hier liegt noch mehr Kohle rum von den Spacken. Swing. Swing. Alter, was geht denn da so? Hä? Kommst du denn her? Äh, danke. Ja, fast tot, ey. Aber wir haben ihn lebendig. Ach. Ach. Wir dürfen den Boden nicht bummeln. Das ist Lava. Kennt ihr bestimmt von früher, oder? Ganz bestimmt. Da oben liegt Kohle. Können wir da hin? Ne. Das schauen wir nie. Never. Okay, hier können wir auch immer so machen. Ja, genau so. Dann können wir aber doch... Hier. Können wir da rauf? Ja. Ne. Was? Hä? Komisch. Naja, gut. Ist ja auch egal. Stechbien. Och man, das sieht ja so einladend aus. Mann. Die bemerken mich viel zu schnell. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen... Was? Ich muss noch ein bisschen, äh... Heimlicher spielen. Ich mach das voll auf den Sinn. Ich bin... Also, wir wollen es sogar am Schleichen. Alter. Okay. Das bleibt so ein bisschen am Fällen. Nein. Scheiße. Viel weg. Ha. Tja. Bist du wieder am Netz, ne? Zack. Zack, so. Da haben wir sie wieder. Oh. Hier rumschreien, ey. Oh. Schütteln wir uns mal kurz. Stanks haben wir... Ja, wir haben wir voll. Ach, die kann ich ja auch mal benutzen, weil... Weil hier ja so viele sind, ne? Mach ich einfach mal. Das mach ich einfach mal. Oho. Davon brauchen wir, glaube ich, auch wieder welche. Guck mal her. Ja. Boah. Hab ich gut geschätzt. Hey, was zum? Hey, was macht der denn? Hey, Augenblick. Augenblick. Ach, da steht einer. Oh, ich dachte schon, der fährt runter. Vollkacke. So, komm her. Los, nimm mal einen Lauf. Danke. Komm. Hier hätten wir die natürlich auch umbringen können, aber... So ein Typ bin ich nicht. Ich will die alle lebend. Ich will alle lebend haben. Komm. Boah, das war ja aber ein richtiger Momentanlauf. Ich bin voll stolz auf mich. Da bist du also. Da bist du also. Oh, was war das? Hey, was geht hier ab? Wie sehen die mich denn bitte? Hä? Verstehe ich nicht. Sag mal, da kommt einer hoch. Ach, den ignorier ich jetzt einfach mal gekonnt. Nein, er hat sich nichts bewegt. Boah, wieder genau richtigen Moment. Mann. Komm, den töten wir jetzt einfach. Es ist zu spät. Oh, der lädt sich so langsam auf. Wie heißt das Viech? Äh, Zapf, 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 Zapf. Zapf, 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 Zapf den Käfer. Pam, schnell aufsaugen, bevor der Sniper schießt. Aua. Au. Okay, jetzt erledigen wir endlich mal den Typen da unten. Na komm. Na komm. Ja, dann bleibt er stehen. Ist mir auch recht. Aua. Das ist der Diamanten. Warte, da muss ich hin. Au. Sobald der Sniper da weg ist. Wow. Oh, ich dachte schon. Boah, ich bin so ein Sniper, Mann. So ein geiler Sniper. Das war jetzt echt cool von mir, wa? So, wie kommen wir denn da hin? Wow, noch einer? Was? What the hell? Oh, der war jetzt nicht so schwer, weil der automatisch anvisiert in diesem Bereich. Erstmal sauge ich. Ja, erstmal hole ich mir das hier hinten. Hier sehe ich auch ein paar Diamants. Diamants. Mal los, springen da rauf. Dankeschön. Oho. Plum, 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 plum. So, geben auch wieder Kohle. Und zack. Oh, das passt. Super. Cool. Wie das jemand hört, wenn der runter irgendwo hinfällt. So. Boah, wir haben schon 2400. Wir werden ja echt reich. Komm, das müssen wir schaffen. Und we get it. Ja, naja. Na gut. Ich hab mich gefreut, wenn wir da oben hingekommen wären. Aber, hm. Das geht ja nicht alles, ne? Das geht ja nicht alles. Boah. Boah, das war knapp. That was knapp. Ne, that was close. So. Und wir begegnen uns in den Tempel jetzt. Jetzt gleich. Einen Augenblick bitte. Sobald wir diesen tollen Weg nach oben gegangen sind. Was ist das denn für eine Brücke da? Die sieht ja voll stabil aus. Na gut, haben wir voll. Da sind wir auch recht. Sieht irgendwie so aus, als hätte man das nicht fertiggestellt, oder? Wow. Oh, da wären wir jetzt fast wieder runtergefallen. Das wäre jetzt nicht so schön gewesen. So, da sind wir da. Hallo, Tempel. Oh. So, füllen wir nochmal voll, wenn wir können. Stech bin aber sowieso nicht. Ja, auch nicht. Okay. Hm. Oh, diese Kluke macht das Maul nicht auf. Sucht nach dem Zaster. Er muss hier irgendwo sein. Ihr könnt mich hier nicht einsperren. Das ist doch barbarisch. Hm, barbarisch. Upsa. Was ist denn da jetzt los? Ja, klar. Stürz einfach mal ein. Warum hängen hier so Lichter rum in so einem alten Tempel? Komisch. Oh, hallo. Sagt dein Kumpels wo? Sagt dein Kumpels nicht Bescheid. He. Manche Schatten sieht man da voll durch. Hey, das geht doch gar nicht. Was ist das denn? Was ist das denn? Komm, die überraschen wir jetzt. Hi. Na toll. Ich dachte, das kann jetzt hier so ein bisschen... Splinter Cell mäßig machen. Boah, jetzt kommen wir schon wieder 20 Typen. Ja, gut, rennen wir da hin. So. Ja. Ach, das ist, ja. Haben wir ja, haben wir geknackt. Geknackt haben wir jetzt nicht viel, aber naja. Ist ja gekocht. So, da schießen sie schön. Ey, ist da ein Heavy Eugene. Ist das jemand? Alter, was soll das denn sein? Das ist Sonne, oder was? Also, so ein Imitat. Ich frage ich mal. Da fällt runter, aber warum? Das ist so ein bisschen wie ein Geräusch, dieses Hey, Hey. Hab ich mich schon immer gefragt. Das finde ich voll komisch. Kommt der ab und zu einfach mal. Ich dachte früher immer, das wären die Arschbackenhörnchen, aber die machen da eigentlich immer nur Geräusche, wenn man die ausgerüstet hat. Das finde ich schon komisch. Nein, Mister, du kümmerst dich zuerst um die Arschbacken. Ja, ich bin doch bereit, äh, dabei. Siehst du doch, oder? Pamm. Alter, hake, rum. Boah, das war knapp. Zack, das war's, oder? Hä? Ja. Mir entkommt keiner. Oh, yeah. Oh, du bist so eine geile Sau, Mann. So, komm raus, Kumpel. Wow, was für eine Show. Du hast mein Leben gerettet. Ja, kein Problem. Und wie kommen wir hier raus? Gar nicht. Gut, dass du fragst. Hinter dieser Wächterstatue liegen geheime Katakomben der Eingeborenen und somit ein Ausgang. Ihre Geschichte ist dort in Form von Wandmalereien festgehalten. Interessanterweise denken diese Trottel, sie seien von einem Dämon namens, äh, Octi-Guy verflucht worden. Sie glauben, er hätte ihre Steep-Wächter getötet und ihr Wasser gestohlen. Aber ihre Steeps wurden schlicht und einfach erschossen und an ihrer Wassernot ist der Damm schuld. Was für abergläubische kleine Schisser. Schisser, na klar. Ist wohl an der Zeit für ein paar Ausgrabungen. Na dann, viel Spaß. Pom, pom, pom. So, da ist dann ein Weg frei. Da unten. Vielleicht hast du recht und das ist der Ausgang. Ja, pass aber lieber auf, wo du hintrittst, sonst könntest du, äh. Was für ein Spaß, Alter. Oh, ups. Tja, da die Banditen jetzt weg sind, werde ich hierbleiben und meine Arbeit beenden. Man sieht sich in der Stadt. Das will der da oben machen, genau. Oh Mann, ey. Oh, da ist er zu jetzt. Oh. Na gut, dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Part. Bis dahin, tschüss.